Na komm, erzähl. Kurz nach Kilometer 34. Das geht mir scheiße. Das geht mir scheiße. Aber das zieh ich noch durch. Aber jetzt gibt's ja erstmal was zu trinken. Jetzt gibt's erstmal was zu tun. Aber es tut wirklich weh. Es tut richtig weh. Es tut mehr weh, wie ich gedacht hab. Aber das packen wir. Dann ziehen wir durch. Ich hab schon gedacht, das wär mein Telefon.